1 2 3 hallo liebe tabletop freunde so ja hallo ja ja genau denn was ist geschafft wir sind jetzt hier auf der spiel 2016 und sind hier in der halle zwei ja genau emil 104 alle 204 genau noch nicht wir haben sagen kram mal aufgebaut bevor wir euch erzählt haben die ganze zeit und so sieht es aus ja hier ist eine menge los im moment tor haben gerade geöffnet die leute strömen bein tausend fragen immer laut alles action hier ja 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 und darum geht es ja eigentlich auf der messe und das ist auch das woran wir so lange gearbeitet haben die letzten wochen monate kann man hier schön lesen aber wenn ihr mehr wissen wollt blendet dann später noch mal ein oder besucht uns einfach hier in der messe oder wie oder was ja so machen wort ja ja so hat man ja gesagt alle zwei stand eben dafür da steht es auch 24 mega und um auch noch mal hier da sieht er ja das ist der stand klinge das gäbe auch noch ein paar matten haben wir auch alles dabei alles am start mega also kommt vorbei haut da rein